Wir sind leider neben heute mit Hella von Simmel, Bachland von Stefka, Barbara Schöneberger, Guido Kanz und Bernhard Hohelker. Ja, Sie merken, die Stimmung ist gut. Herzlich willkommen zu Hause. Hier ist Genia daneben. Schön, dass Sie da sind. Frau von Simmel hat es schön gemacht. Sie hat sich extra einen Overall angeschaut. Sie hat sich 300 Mal genial daneben. Nee, nee, nee. Heute ist Jubiläum. Anders, Herr Bein. Ist das nicht schön. Ist das nicht schön. Aber anders. Meine Freunde von FaZe haben mir einen Overall geklöppelt. 300 Mal genial und kaum daneben. Und für Sie extra die kreativen Jungs. Ein Spruch nur für Sie, Herr Balder. 300 Mal im TV gekommen und das in dem Alter. Ein sehr, sehr schöner Overall. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr schöner Overall. Und dann dieses Feuerwerk. Sehr, sehr schön. Der guten Laune. Ich finde, es ist ein feierlicher Tag. Und auch ich habe mich entsprechend gekleidet. Ich habe eine Motivkawatte angezogen, die, ich denke, ein Stück auch widerspiegelt, was wir hier täglich erleben. Wir haben einen alten... Ja, einen alten... Einen alten, grauhaarigen Affen, kann man jetzt sehen. Einen jungen Löwen. Und ein... Ohne Mähne. Ohne Mähne. Und ein Warzenschwein. Ja, prima. Ich freue mich sehr besonders heute auf, oder ganz besonders heute auf unser Rateteam, würde ich sagen. Wir raten ja nicht, wir wissen ja, auf unser Wissensteam. Barbara, Guido und Bastian. Jahrelange Haudegen und als wir damals, das war kurz vor dem Krieg, diese Sendung ins Leben gerufen haben, hätten wir nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Das war schön damals. Das war schön damals. Das heißt, wir feiern heute tatsächlich die 300. Wir feiern heute die 300. Wir feiern heute die 300. Und meine Damen und Herren, es sind noch viele Fragen bei Ihnen zu Hause, ich sage Ihnen nachher die Adresse, aber ich möchte auch heute diese Sendung einfach beginnen. Habt ihr was dagegen? Gerne. Gut, dann fangen wir an. Und zwar auf meiner ersten Karte steht Simone Jansen. Klingelt es da irgendwie bei einem? Noch nicht. Noch nicht. Wird ja sein können. Kann ja sein. Simone Jansen... Wieso, hat die schon mal eine Frage eingeschickt? Nee, 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 ist ja egal. Also, steht die bei mir vor der Tür? Ich denke mal, Simone Jansen ist hier. Nein, Simone Jansen hat uns geschrieben und in dem Brief, den Simone Jansen uns geschrieben hat, fällt zum Beispiel der Name Myra Bujocek. Klingelt es da irgendwo? Nein. Myra Bujocek, klingelt es nirgendwo? Das klingelt. Klingelt es bei Ihnen, Herr Ureka? Das habe ich schon mal gehört. Herr Bastewka, klingelt es bei Ihnen vielleicht auch? Nein, aber ich habe hier noch nie etwas gewusst. Das kann ich nicht. Doch, 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 Kleinkunst AG, Schulzeit. Ja, Herr Basti, du warst auf der Schule, du weißt es nur nicht. Okay, es ist ne Weile her, wir schreiben das Jahr 1992. Februar 92, Bastian Pastewka und Bernhard Huica, ihr wart damals beide auf der Geburtstagsparty von Myra in Bonn. Nein. Sie wurde 18, ich weiß sogar, was ihr ihr geschenkt habt. Beides zusammen, eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine zum Reindrücken. Und da waren irgendwie so Cola-Bonbons drin, ja? Och, wie süß. Ich bin aber nicht wegen der Kaffeemaschine dahin, soweit ich mich sagen. Kann das sein, dass die Sendung verdammt lang her heißt, wie du hier... Ja, verdammt lang her, aber wie das so ist, wurden auf dieser Party auch Fotos geschossen. Nein. Und Simone Jansen, die uns geschrieben hat, war sehr nett und hat ein Foto geschickt. Bastian kann sich beruhigt zurücklehnen. Ja, da hatte Bernhard noch Haare. Kommt jetzt das mit der Mähne, ja? Nein, hör auf. Genau dieses Foto, meine Damen und Herren, ist der Beweis, dass Bernhard Toika, obwohl sie es mir nicht glauben werden, Haarad. Nein. Sehr, sehr, sehr. Sehr gut. Und die steht. Nein. Wuhu. Das ist genau die Foto. Also. Ja, erstmal herzlichen Dank an Simone und an Myra, die war ja ausschlaggebend für das Foto. Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte gerne. Wie viel Uhr war es da? Es ist auf der Uhr zu sehen. Man müsste es eigentlich auf der Uhr sehen können. Ja, und jetzt haben wir uns so gedacht, Menschenskind, wir haben die 300. Sendung und ich würde vorschlagen, dass wir zur Feier des Tages, ja, einfach mal, Herr Ruecke, aus Ihnen wieder den Womanizer von damals machen. Ich darf die Ingrid mal bitten. Ja, das dauert jetzt einen Moment, aber wir können ja mal schauen, ich halte es vor und hin, muss ich gleich 20 Kilo abnehmen. Ja, aber in drei Minuten. Ich möchte aber auch die Drogen haben, damit die Augen geblieben sind. Ey, ich hatte mit 22, war ich in der Pubertät, kann man am Pickel unten links erkennen. Wow, das ist super, Alter. Sexy. Wahnsinn. Mensch, das ist Hansi Hinterseer. Was soll ich sagen? Ich hatte an den frühen Elton John gedacht. Ja? Ingrid, hält das denn? Ja, das ist... Sehr geil. Ja, geht. Schön auflassen. Schön auflassen. Ich kann mich an den Namen erinnern. Nuller. Nuller. Dann kann ich dir... Hallo, hallo, ein bisschen... Gut, und äh... Nein, leider nicht. Hat sie auch eine Frage gesteckt? Oder? Nee, Frage kommt gleich. Ich hab erst noch mal was anderes, Frau von Sinnen. Sie kriegen natürlich auch was zur 300. Sendung. Ich darf die Säppel mal mit der Krone bitten. Oh! Frau von Sinnen bekommt ein Krönchen auf. Oh! Und ich möchte gerne, dass Sie es aufsetzen. Ingrid, würdest du es mir bitte so aufsetzen, dass ich es nicht entstelle? Die Geniale daneben Queen. Oh, ist das lieb. Guck mal. Oh, ist das lieb. So! Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt geht's los. Aber das ist die Haarfarbe. Herr Drin! ... dass ich jetzt diese halb lange, mittelgescheitelte blonde Perücke von 1989 bekomme. Ja, ich hatte Angst, dass du wieder im Badeanzug vorbeikommst. Wie bei Nase vorn, als ich Berti Vogts besiegt habe. Natürlich. Bei Nase. Daumenruhe. Daumen. Daumen, nicht Daunen. Daumenruhe. Daumenruhe. In einem Wort geschrieben. Das wird was Orthopädisches sein. Einfach, wenn du das Kahnbein gebrochen hattest. Das Kahnbein. Das Kahnbein. Ein Kahnbein, der vorbeigem Rundenschein, Dreiecke über das Erbsenbein, viel leckig groß, viel leckig klein, der Kopf, der muss am Haken sein. So kann man sich die Knochen der Handinnenfläche machen. Ach du je, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, ja. Liegt das jetzt an der Perücke, dass die ganzen Erinnerungen auf... Was kommt denn bei mir gleich? Also ich glaube... Die Daumenruhe. Der Kahnbein ist ja ein relativ dünner Knochen hier an der Handwurzel. Und da muss man sehr lange den Daumen ruhig halten, damit das wieder fünftig zusammenwächst. Und das ist so eine Art Schiene, so ein Plastikteil, was man drüberziehen kann und mit einem Klettverschluss zumachen kann. Und das nennt dann der Orthopäde Daumenruhe, weil man damit den Daumen einfach ruhig stellen kann. Ich würde es anders formulieren. Dann ist es auch falsch, aber es ging besser. Ja, ja, danke. Das kennen wir ja schon. Das ist beim Hubschrauberfliegen, wo ja das Austarieren sozusagen dieser Geräte ganz fein mit den Daumen gesteuert wird. Und die Daumenruhe ist eben, wenn man zum Beispiel gerade den Sinkflug oder Steigflug oder wie auch immer ganz, ganz straight durchführen möchte, dann muss man den Daumen ganz ruhig halten. Ja, es gibt noch eine zweite Erklärung. Es ist die Möglichkeit, dass einem die Hand einfach einschläft und der Daumen sich in einer Ruhestellung befindet. Mir wird es sehr oft, wenn ich irgendwie einfach nur so sitze, ist die Hand dann irgendwie so gel... ...kennst du das, wenn du, so wie Kermit früher, wie Kermit, kennst du das wie Kermit früher, wenn Kermit gesagt hat, wir haben auch tolle Gäste, Applaus, 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 Applaus! Das ist die Daumenruhe. Sind wir vielleicht im Römischen Reich bei Nero oder überhaupt bei diesen ganzen Kaisern? In der Arena, die mussten ja immer Daumen hoch, Daumen runter, wenn die Gladiatoren sich dann erstechen oder erschlagen sollten. Und die Daumenruhe hieß, die durften mal so eine Stunde am Stück miteinander spielen. Also Daumenruhe wäre praktisch unentschieden. Ja genau, so wie Tiebreak. 1. FC Köln Fußball, wenn der Trainer des 1. FC Köln auf die Tribüne verbannt wird, weil er wieder scheiße geredet hat, dann ist auf der Bank Daumenruhe, weil er nicht mehr dabei ist. Es war nicht kein Daumen, es war Daumen, Daumen. Daumen, denkt noch ein bisschen nach, wir brauchen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Es geht immer noch um die Frage, was ist die sogenannte Daumenruhe? Ist ja ja schön, Bastian sagte gerade, das mit Fremdwörtern ist immer schwer. Das ist auch so. Und ich überlege mir jetzt, ist Daumen oder Ruhe aus dem Latein. Aber was insgesamt das zusammengesetzte ist ja, ist ja wahrscheinlich der. Ich glaube, die Daumenruhe ist einfach die Zeit zwischen zwei SMSen. Finde ich gut, finde ich gut. Das ist eine schöne Idee. Aber das ist gar nicht schlecht. Es gibt, glaube ich, bei Sekretärinnen so vor 50 bis 100 Jahren oder sowas, eine Schreibmaschine, war auch immer klar, die müssen wegen Sehnschein Entzündung sich ein bisschen ausruhen zwischendurch. Und es gab, glaube ich, so ein Daumenruhekissen oder sonst irgendwas. Ein Daumenruhekissen? Ja, oder so eine Schiene aus Stoff oder sowas, wo man den Daumen so ein bisschen drin halten konnte, damit er nicht so aussieht. Das stimmt. Suchen Sie gerade das Foto, dass es stimmt. Nein, nein, nein. Gut, dann sage ich Evolution. Gut. Denn bei den Menschen oder Affen haben sich doch auch... Ja, gut, jetzt in dem Fall... Ich habe auch eine Idee. Ich darf aber kurz den Gedanken noch weiter fortführen. Also Daumenruhe ist es also eine Phase in der Evolution, wo vielleicht also die Daumen sich erst bei den Humanoiden so nach außen gespreizt haben, dass sie dann besser greifen konnten, während die Affen immer noch mehr so dieses geradeaus haben. Wer hat sich jetzt bei wem, warum gespreizt? Die Humanoide. Ja, aber Daumenruhe ist die Phase, bevor bei den Humanoiden die Daumen sich nach so entwickelt haben, damit die Dufte pflücken konnten. Das sagen Sie. Ich sage was anderes. Wir auch. Ich sage nein. Wir übrigens auch. Wir hätten Literatur und Fahrzeugverkehr, bitte. Das ist, wenn Leute gerne per Anhalter unterwegs sind und du an irgendeiner total behinderten Bundesstraße stehst, wo überhaupt wirklich gar keine Sau vorbeifährt und du die ganze Zeit nicht winken brauchst, weil gar kein Auto da ist, sagen die, stell dich nicht an die B412 in der Nähe von Dresden, da ist Daumenruhe. Ich bin in der Literatur beim Struvelpeter, beim Daumenlutscher. Bei wem? Beim Daumenlutscher. Die Mama geht halt raus, schwupp, den Daumen in die Mund. Beim Struvelpeter. Bausther geht die Türe auf und herein mit schnellem Lauf kommt der Schneider mit der Schere und schneidet ab, die Daumen ab, als ob Papier es wäre. Und da war Ruhe. So, jetzt. Ja, aber es ist doch gut. Es ist doch sehr gut. Das war der Grund, warum ich damals so ausgesehen habe. Das ist doch sehr gut, also es hat was mit Kinderentwicklung zu tun. Sind wir beim Klavierspielen? Bei wem? Beim Klavierspielen. Nein, ich sag's euch. Es ist irgendwie eine Ruhe. Es geht um Unruhe bei einer Uhr. Bei wem? Bei einer Uhr oder so was? Bei einer Uhr der Daumen. Da gibt es eine Unruhe. Natürlich. Und vielleicht ist der Daumen ein bestimmter Nippel, der die Unruhe ruhig stellt. Das erregt ihn nur unnützlich. Ich sag's. Ja. Also, wo hab ich's denn? Hier hab ich's. Das ist wieder ein Foto von irgendjemandem. Nein, wenn man trinken will, ja, zum Beispiel hier, betätigt man mit dem Daumen diesen Drücker. Dann geht der Deckel auf. Zack. Und weil der Daumen während des Trinkens auf dem Drücker ruht, dann nennt man diesen Drücker auf diesem Bierkrug Daumenruhe. Ist das nicht schön? Patrick Kuhn aus Mögeling, 500 Euro. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir nach Bayern, jetzt gehen wir nach Walgau, dort wohnt... Darf ich ganz kurz was fragen? Wenn ich die Haare trage, bin ich dann schwarz-weiß zu sehen? Natürlich. Sie sind übrigens immer schwarz-weiß zu sehen. So, wir gehen nach Walgau, das liegt in Bayern, dort wohnt Wolfgang Beeling und der hat eine sehr interessante Frage. Er möchte nämlich wissen, was ist das sogenannte Meierloch? Meierloch? Mit E-Y? Ist völlig egal. Nee, das kann nicht, egal. Das Meierloch? E-I-E-Y-A-I-A-Y-Meyerloch? Es geht nämlich um Dr. Eduard Meier, es beschreibt eine lochgroße Öffnung im hinteren Bauchbereich und zwar dort, wo die Verlenkerung der Nabelschnur durch den Bauchraum geht, die dann mit der Aorta versorgt ist, die dann später verkümmert, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Und das, was übrig bleibt, das nennt man, es ist falsch. Wie war jetzt der Anfang? Eduard Meier, und das bringt mich zu Schuhen, weil der macht nämlich eigentlich Schuhe. Der macht Schuhe? Und der macht Schuhe, wo Löcher drin sind, sogenannte Budapester-Schuhe. Damit man reinkommt. Und dieser Herr Meier hat sich sein spezielles Loch, das sogenannte Budapester-Meyerloch, eben patentieren lassen. Ich spreche aber nicht vom Budapester-Meyerloch. Deswegen möchte ich ja sagen, Herr Meier war ein berühmter Profigolfer, der als erster ein Hole-in-One geschafft hat. Das war damals an Loch 3 in Fort Lauderdale. Und da der als erster Mensch vom Abschlag direkt getroffen hat, wurde gesagt, Mensch, das gibt der Meier, Mensch Meier. Und dann wurde dieses dritte Loch Fort Lauderdale zum Meierloch. Und deswegen sagt man, auf Golfplätzen, wenn einer ein Hole-in-One schlägt, das ist das Meierloch. Weißt du, was mich so betroffen macht, die Tatsache, dass wir jetzt in den künftigen 10 Minuten alle Löcher durchgehen, die uns einfallen, und versuchen, mit Herrn Meier in Verbindung zu bringen. So, jetzt passt mal auf hier. So, der Meier war doch früher mal so ein Dorfvorsitzender. Nee, das war ein Milch... Nein, das war ein Händler. Oder eine Amme. Jetzt wisst ihr auch, was ich auf dem Bild getrunken habe. Ja. So, vielleicht war der Dorfmeier... Gibt es das Meierloch, das Loch, wo nur der Dorfmeier auf Klo gehen konnte? Oder wo der halt gesessen hat, wo man sagt, das Meierloch. Der Abort. Der Abort oder ein Raum. Also das Klo. Ja. Ja, sagen Sie es doch. Kann ich nicht. Nicht mit der Frisur. Nicht mit der Frisur, da war ich noch, da wusste ich noch nicht. Ja, klar. Es irritiert das total, dass Sie mir nicht sagen, wie das geschrieben wird. Ja, weil Meier ein Eigenname ist. Es ist wurscht. Und dadurch ist es egal. Warum? Ja, aber das ist doch spannend, dass es total wurscht ist. Also ich kann es kein Eigenname sagen, wenn es wurscht ist. Es geht darum, dass wir eine Assoziation zu einem Herrn Meier haben. Es gibt die Meiersche Rollkur. Das ist so eine gesunde Sache, die man in der Apotheke kaufen kann. Dann isst man... Ja, das ist so. Das hast du doch schon gemacht, oder? In der Apotheke solltest du mal hingehen, speziell. Es ist so. Man kann sich dann... Man legt sich dann und dann kriegt man so eine... Es ist so eine Schleimgeschichte. Dann muss man sich so ein bisschen wenden und damit macht man die Magenwände sauber. Das macht man nicht. Ich frag nochmal nach... Und das Meiersche Loch ist dann wahrscheinlich das, was unten... Keine Ahnung. Das heißt ja... Ich weiß es nicht. Ich rede nicht vom Meierschen Loch. Nee, eben Meierloch. Pass auf, jetzt hab ich deswegen ne Frage. Wenn es völlig egal ist, ob es mit AI, wenn es zum Beispiel mit EI geschrieben würde, würde ich bei Eiern weiter assoziieren. Wenn es völlig egal ist, gibt es dann auch ein Schmidt- und Schneiderloch? Und ein Schönebergerloch? Keine Ahnung, der Falle. Ich bin beim Würfeln. Es gibt doch dieses Spiel Mexien oder man sagt auch Meier, wenn man eins und zwei würfelt. Vielleicht ist das Meierloch auf einem Würfel, die Eins, weil das ja eine kleine Vertiefung hat und da ist ein schwarzes Pünktchen drin. Oh, das ist ein bisschen gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Ich muss ja gucken. Oh, Polizei, Polizei. Wie war das? Es war ein Würfel. Ja. Und dann gibt es einen. Es gibt... Meier ist eine Eins und eine Zwei. Da gibt es ein Würfelspiel. Ja. Und das Meierloch wird entweder die Eins oder die Zwei sein. Falsch. Ich find dich total sympathisch, Hugo. Das wollte ich dir immer schon mal gesagt haben. Meierloch. Egal, ob mit EI, EY, AI, AY. Aha, 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 aha. Aha, dann hat es etwas mit einer Vokalisation zu tun. Es hat also etwas mit Logopädie oder mit Sprachbildung zu tun. Meierloch. Es geht darum, dass jemand das aussprechen kann oder es ist etwas in der Mundhöhle. Und es geht darum, Öckerchen, bei allem Respekt. Hey. Ja, also wenn Sie sagen, es ist ganz egal, wie man es schreibt, geht es ja nur um die akustische, um den Klang von Meier. Nicht unbedingt. Ist das etwas mit Echo zu tun? Nicht unbedingt nur um den akustischen Klang. Vorschlag. Es handelt sich dabei um den Hörkanal. My Air. So kann man sagen, muss man nicht, aber... Entschuldigung, vielleicht eine kleine Erklärung für Bastian. Der hat es nicht so mit Fremdwörtern. Der kann halt Latein nicht so gut. Nein, nein, nein. Das ist mit der Aussprache. Es hat mit dem Klang etwas zu tun. Oder wie das... Also sind wir bei Tieren? So wie man bei Katzen Mietz, 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 Mietz sagt... Genau, sagt man ja beim Nashorn immer Mai, ja Mai. Genau, bei Katzen stehen auf I. Man könnte auch etwas ganz anderes sagen, aber die stehen auf I. Deswegen sagen wir nur Mietz, 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 damit die kommen. Sind wir nicht bei der Flöte? Bei der Flöte. Ich habe Blockflöte gelernt, vier Jahre. Ja, wo ist denn das Meierloch? Das ist das, was hinten ist. Was man ja mit dem Daumen ganz verdecken kann, überhaupt nicht vergecken kann. Oder nur halb. Das ist, glaube ich, das Meierloch. Fragen Sie mich nicht, warum, das weiß der Hohäcker. Wie wäre es denn, wenn... Ich bleibe hartnäckig bei der Theorie, wenn es nichts mit der Aussprache zu tun hat, dass es einfach nur eine Slang-Situation ist, also komme ich zur Bundeswehr. Hat es was mit Militär zu tun? Und ist das Meierloch einfach die Kajüte, wo Private Benjamin sich einfach eine Furchtsmolle, sage ich jetzt mal. Eine was? Ja, einfach so eine... Also Meierloch. Man sagt ja auch zu uns Kindern hier ab in die Klappe oder in die Falle. In die Heier, sagt man. Ja, Heier. Keine Heier ohne Meier. Ist es was beim Bund, beim Militär? Ist es ein kleines Getränk? Gehen wir mal ein Meierloch, hier kommen ein noch. Ist es was auf dem Schiff? Ich beantworte keine Fragen. Ach so, keine Fragen werden beantwortet. Ist es beim Kegeln vielleicht? Irgendwas ist das eine gewisse Konstellation, so wie man einen Kranz aufbauen kann, wo der Mitte der Pin fehlt. Vielleicht ist es ein Meierloch. Ja, aber warum spielt es dann keine Rolle, wie dieser Name geschrieben wird? Weil es sein Eigenname ist. Er kann es nur nicht ablesen, weil er so alt ist. Also ich werde es mal auflösen. Es ist ein Herr Meier, der ein bewegliches Loch erfunden hat. Ein Loch, was man so mitnehmen und woanders fallen lässt, dann fällt man da rein. Ich zeige es euch mal und vielleicht erkennt ihr, wo das Meierloch ist. Bitte nicht, jetzt zeige ich euch ein Meierloch. Ich habe solche Angst. Das ist ein Bild von Bernhard, diesmal ganz ohne Haare. Ja, wir gucken in Nordrhein-Westfalen. Moment. Was hast du denn alles? Mal gucken, ob das das Richtige ist. Eine kleine Sekunde. Stellen die die mal noch 400 weg. Wie seht ihr denn da? Das ist von dem Areal 170 ausgedruckt. Das ist das Meierloch. Und zwar zeigt diese Karte, wie häufig der Name Meier in Deutschland vorkommt. Ganz egal mit welcher Schreibweise. Oh nein, ist das so. Und wie man sieht, herrscht in der Mitte Deutschlands eine gewisse Meier-technische Lehre. Also da ist das Meierloch. Meierlochforscher bezeichnen das hier als Meierloch. Nein, das ist ja geil. Nein. Das geht auf einen ganz interessanten Hintergrund zurück. Der Name Meier geht auf einen mittelalterlichen Beruf zurück, den des Major bzw. Majordomus, so wurden damals die Vorsteher, adliger Haushalter und die Verwalter größerer Höfe genannt. In der Mitte Deutschlands hießen diese Leute Hofmänner, daher ist dort der Name Hoffmann zum Beispiel mehr vertreten. Oh, das ist voll. Und das ist das Meierloch. Gibt's das auch mit meinem Zunahmen? Ja, das ist in ganz Europa, das Versteherloch. Auf jeden Fall schon mal Wolfgang Beeling aus Walgau. 500 Euro für Sie. Gratulation. Das ist egal. Und weil wir schon dabei sind, zeige ich euch noch eine Karte. Was zeigt denn die, Holger? Was würden Sie glauben? Das ist das Müllerloch. Nein. Das ist die von Sinnenpest. Nein. Das ist das sogenannte Genial-Daneben-Loch. Und zwar haben wir uns gedacht, 300 Mal Genial-Daneben haben wir heute und haben uns überlegt, aus welchen Regionen kamen eigentlich die meisten Fragen in den 300-Sendungen. Und man sieht, also Großraum Bonn zum Beispiel hier, liegt ganz gut im Rennen. Ja, ich schicke die ja selber. Die Bodensee-Regierung, meine Damen und Herren, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Da könnte es ein bisschen mehr werden. Auch unsere Brüder und Schwestern in den neuen Bundesländern sind nicht so ganz vertreten. Also auch da könnte es etwas besser werden. In Mecklenburg-Vorpommern, drei Leute, die das jemals gesehen haben. Nein, nicht nur drei Leute, Quatsch. Das ist, da sind die Ballungszentren. Man sieht aber schon, dass in Meierloch zwei Fragen gestellt wurden. Drei Leute. Ja, also da könnte man, aus diesen Gebieten hier unten auch so auf Bayern und so, könnten wir ein paar mehr Fragen gebrauchen. Das wäre sehr schön, damit wir nicht so viele Löcher haben. Das ist schön. Und wenn Sie da zufällig jetzt gerade uns zuschauen und Fragen haben, dann sage ich Ihnen jetzt einfach mal die Adresse und dann schicken Sie uns die Fragen hin. Das ist genial daneben, 50 606 Köln. Oder wenn Sie das so vieles einfach anrufen, 01378 10 11 20 oder noch einfacher eine E-Mail an fragen.genialdaneben.de. Natürlich alle anderen, selbst in den genial daneben Ballungsgebieten können natürlich weitere Fragen schicken. Wir freuen uns sehr. Sie können auch herkommen, wenn Sie wollen. Nach Hürth-Kaltscheuren, eine Weltstadt mit Herz. Sandra Emmerich kommt aus Hürth und ist heute Abend hier. Das tut mir leid. Das tut uns sehr leid. Sandra, wo sind Sie? Wo ist sie? Dort ist Sandra Emmerich. Sie haben es ja nicht weit. Sie kommen aus Hürth, wohnen wahrscheinlich um die Ecke und gehen vielleicht mit 500 Euro nach Hause. Ich würde mich sehr freuen. Und Sandra Emmerich möchte gerne wissen, Stirnpressen, was ist das? Das wird in einem Fitnessstudio sein. Da gibt es bestimmt eine Übung für die Nackenmuskulatur, wo man einfach mit der Stirn Gewichte bewegen muss und dann sagt dieser durchtrainierte Fitnesskollege da so, was der FK 300 Stirnpressen, aber flott. Wie soll man denn, wie funktioniert denn das? Ja, das ist so eine gepolsterte Wand mit dem Kopf. Genau, so eine gepolsterte, da ist so eine Wurst. Da hängt auch das Meisterhaus auch über... Ja, das machst du aber, weil du keinen Schlüssel hast und rein willst. Natürlich. Das ist der Unterschied, aber... Eine Stirnpresse ist... Stirnpressen? Stirnpressen. Ich glaube, das ist so eine Variation in Bayern von Tauziehen, wo zwei Männer sind in einem Kreis... Fingerhaken oder Schweinsteigen. Genau, da sind zwei Männer in einem Kreis, die die Stirn gegeneinander drücken und einer muss versuchen, den anderen mit seiner Körperkraft aus diesem Kreis rauszudrücken. Ja, was ähnliches wie Fingerhaken. Ja. Oder Schweinsteigen. Oder Schweinsteigen. Ist das vielleicht dann aus dem Tierreich? Da gibt es doch Tiere, die sich ineinander verhaken und gegenseitig versuchen, in die gegnerischen Ozeane zu schieben. Ja. Und das... Was machen die? Die schieben sich in die gegnerischen, äh... Wiederhol das Wort nicht, weil deswegen hast du nachgefragt. Wie heißt das? Wie heißt das? Stirnpressen? Stirnpressen. Vielleicht bei der Schwangerschaft. Oh. Wenn man allmählich so Richtung Wehen... So eine sogenannte Stirngeburt. Natürlich, das ist eine Stirngeburt. Wo kommt das Kind denn da raus? Na, Herr Balder... Ja, es kommt mal aus der Stirnmeierloch, Mann. Das ist aus dem Mund und Zwillinge aus der Nase. Das ist lustig. Vielleicht ist das ja etwas ganz anderes. Vielleicht ist die Stirn ja nicht die Stirn, die wir jetzt assoziieren mit unseren Köpfen, sondern irgendwie eine bestimmte Traube oder so, dass es was mit Pressen zu tun hat, wo dann nach etwas eine Flüssigkeit rauskommt. Es kann auch die Kopfseite, man sagt ja auch die Stirnseite von irgendetwas sein. So, sehr gut. Dann sind wir in der Schiffsfahrt. Richtig. Oh, die Schiffsfahrt. Gut. Und dort? Was passiert da? Ja, Stirnpressen. Ja? Das ist nicht mehr unser Problem. Wie geht das vor sich? Eisbrecher, wenn ein Schiff sich festgefahren hat in Eisschollen, dann kommt das Eisbrecherschiff und mit der Stirnseite presst es dann das andere Schiff aus dem zugefrorenen Eis. Dann würde der Eisbrecher aber Stirnpresse heißen. Ja, das kann ja sein. Wir wissen es wohl. Das sind wir in der ayurvedischen Medizin, wo einem ja permanent Öl über den Kopf geschüttet wird. Ist wahr. Gerne auch mal warm. Und danach werden einem wahrscheinlich irgendwie fußgeklöppelte Bambusrollchen aufgepresst, sozusagen, hinterher, damit sich das schön in die Stirn einarbeitet. Und das sind dann die sogenannten, der Kuss der Sonne, aber auch genannt übersetzt eben Stirnpressen. Der Kuss der Sonne. Ja. Bambusrollchen. Diese ganze Generation Botox, die jetzt anwächst. Anwächst? Die jetzt anwächst. Ja, natürlich. Wortspiel. Scheibenwischer. Kinder. War ich lange. Und diese, also wenn man, das heißt, ein bisschen Botox, damit die Falten aus der Stirn rausgehen oder sowas. Das muss gepresst werden. Ab jetzt müssen Sie nur noch nachlesen. Wer muss gepresst werden? Das Botox aus der Spritze in die Stirn. Damit man so aussieht, damit es natürlich aussieht. Damit man keine Falten mehr hat. Hallo. Ich finde Stirnpresser. Ich finde Stirn... Findet ihr nicht, dass sich Stirnpresser dramatisch nach einem Fisch anhört? Ist es ein Fisch? Stirnpressen. Stirnpressen. Ach, Stirnpressen. Ach, die Frage ist, was ist Stirnpressen? Das ist ein ganzer Schwamm. Es ist ein Tu-Wort von vornherein. Es geht um einen Vorgang, weil es geht nicht um die Plural von Pässe. Es ist ein Verb. Es ist ein Baum. Schreiben Sie es zu Hause aus. Es gibt Stirnpressen und es gibt Stirnpressen. Es gibt was? Zypressen und Stirnpressen. Ich glaube, wir sind in der Druckerei. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man Bücher oder Zeitungen druckt. Sehr gut. So. Wir haben vier Leute, die jetzt zwei Vorschläge machen können. Hier kommt der erste. Ja, die eine Presse druckt die Stirnseite der Zeitung. Den Titel. Die ersten, die sind vorne und hinten. Weiter. Und die anderen pressen den Mittelteil der Zeitung. Ach, deswegen sagen die Journalisten auch immer, für die Überschrift war ich nicht zuständig. Stirnpressen. Stirnpressen ist, wenn man das, was unverändert in einer Zeitung ist, pressen. Nein. Nur das Impressum. Das Impressum. Die Titelseite drucken. Nein. Nur die rechte Seite. Quatsch. Also nochmal. Die Frage ist, was ist, ist oder singstirn? Was ist Stirnpressen? Nur das Pressen von... Stirnpresse. Stirnpressen. Mein Gott, wie oft soll ich das denn noch sagen? Jetzt kann ich das N nicht mehr, akustisch nicht mehr hören. Ist es vielleicht Stirnpressen? Wir müssen das Wort verstehen, wir müssen es dann zusammensetzen. Also wir sind in einer Druckerei. Nein, wir sind bei einer Zeitungs... Nein, Druckerei sind wir nicht. Wir sind beim Druck, beim Setzen. Wir sind erstmal beim Setz, Druck, also wie sagt man? Buchstaben setzen, beim Setzer. Nein. Nein. Sind wir in einer... Also nochmal, nochmal. Es kann sein, dass es verschiedene Drucktechniken gibt. Die eine, dass man zum Beispiel ein Blatt Papier, was senkrecht steht, von beiden Seiten bedruckt. Und es gibt welche, die nur von oben bedruckt werden. Das wäre doch dann das Stirnpressen. Nicht von oben. Von unten. Nein. Nur von einer Seite. Von vorne. Von der Seite sind ganz kleine Buchstaben. Nein, nur der obere Teil, nur der obere Teil eines Blattes. Also ich witz schon. 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 Also. Guido hat ganz am Anfang gesagt, Fitnessstudio. Da würde ich mal bleiben. Und du bist so ein Arsch. Das ist echt so eklig. Ja. Weißt du. Aber fass ich da mal weiter ganz kurz. Ich hab von Fitnessstudio keine Ahnung. Das wird eine Übung sein, um die, ich glaube immer noch die Nackenmuskulatur zu stärken. Die Stirnmuskulatur. Die Stirnmuskulatur. Wo liegt die Stirnmuskulatur? Die liegt unter den Botox. Ich glaube, dass man auf dem Rücken liegt und dann einfach irgendein Gewicht nach oben drücken muss mit dem Kopf. Und weil das auf der Stirn aufliegt, nennt man das Stirnpressen. Mit dem Kopf. Ist das nicht so, dass man bei der Butterfly-Maschine eh so mit der Stirn an so einem Pümpel ist, damit man eben die Bewegung auch richtig macht? Wo ist man mit der Stirn? An so einem Stoffpümpel. Beim Butterfly. An so einem, wie so eine Bettwurst, so eine Nackt. Könnte im Auto eine Kopfstütze sein, hat man aber vor der Stirn, damit man das Rückgrat nicht falsch belastet und ist dann an dieser Butterfly-Maschine dran. Also ich würde mal auf dem Rücken liegen bleiben. Ist das vielleicht beim Stämmen eines Gewichtes? Da gibt es, also man drückt ein Gewicht nach oben, da gibt es Halsdrücken, Nasendrücken, Stirndrücken, gar nicht drücken. Und das Stirndrücken ist dann, wenn halt die Stange genau hier ist, das etwas ansteigen, aber man immer so ein bisschen nach vorne muss. Ah, das ist richtig. Und welche Muskeln trainiert man? Die Brustmuskulatur. Die Brustmuskulatur, die Beuger. Die Ahrwurzeln. Dann trainiert man die, ansonsten ist es richtig. Richtig. Tut mir leid. Also normalerweise macht man ja diese Hantel so nach oben und die landet dann hier oben auf dem Brustkörb. Man kann es aber auch so machen, dass die Hantel auf der Stirn landet und dann trainiert man den Trizeps. Der Trizeps hier, oder? Der Trizeps hier. Ja, der gibt es auch. So, das ist es. Ja, Sandra, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte ihm liebend gerne 500 Euro gegönnt, aber es hat nicht sollen sein. Gut, dann gehen wir mal zu Christoph Müller. Er wohnt in Romanshorn, das liegt in der Schweiz. Und Christoph Müller möchte folgendes wissen. Warum wurden im Mai 2005 auf dem Friedhof in Kreuzlingen drei Schweine in Särgen beerdigt? Weil die die Pest hatten. Und zwar die Schweine in Pest und es durfte nicht nach außen dringen. Im Mai 2005, kleine Information, vielleicht hilft es euch. Kreuzlingen liegt am Bodensee auf der Schweizer Seite. Auf dem regulären Friedhof der Gemeinde wurden im Mai 2005 drei tote Schweine in Särge gelegt. Und in einer gemeinsamen Grabkammer beerdigt. Warum? Es handelt sich dabei um ein Experiment, was die Verwesung von Körpern angeht. Diese drei Schweine symbolisieren menschliche Körper. Sie wurden in einem Grab niedergelegt, um sie später nach einer Wiedereröffnung zu sehen. Wie weit sind sie vergoren? Wie weit sind sie auferstanden? Und... Kann man sie noch als Döner nach Berlin verkaufen? Kann man sie noch als Döner nach Berlin verkaufen? Also wenn das wirklich so gewesen sein sollte, wie Sie sagen, warum wollte man denn das feststellen? Sie haben ein Hochwasserproblem im Bodensee. Weil mit der zunehmenden Erderwärmung und der Gletscherschmelze vor allen Dingen im südlichen badischen Raum, da können jetzt auch die Eisbären über Niederöhrlingen von Koblenz direkt... Darf ich mal eine Frage stellen? In den Alpenbereich, nein, im Alpenbereich Einwandern... Oh, wie werden denn Schweine sonst beerdigt? Gar nicht. Gar nicht, die werden gegessen. Komm, auf den Grillen, natürlich. Das ist ja, aber wir müssen immer reden. Du weißt das gar nicht. Du hast auch ein Schwein gespielt. Also ich möchte trotzdem noch bei dem Thema bleiben. Wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dass man feststellen wollte, wie denn der Verwesungszustand der Schweine war, warum? Es war von der Kriminalpolizei. Nein, es war auf dem Friedhof. Es war von der Friedhofsding, weil die wollen wissen, wann können sie das Grab wieder weitervermieten. Nein, das wollten die nicht wissen. Die wollten wissen, ob die Schweinstoffe noch lange in den Boden abgeben. Die Schweinstoffe? Besonders am Leben gute Besserung, Herr Balz. Sagen Sie mal, das Thema interessiert mich jetzt doch sehr. Es ist alles falsch wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Also es geht um ein Experiment, also es geht um eine Art Testforschung. Es geht um den Geruch, es haben dich ein Anwohner beschwert, die nicht in der Erde, sondern in Gruften oder in Räumen beerdigten Mitbewohner würden sich auch nach ihrem Ableben noch zu Nase melden. Zu Nase melden? Ja, zu Wort geht nicht, die sind tot, aber die können, die würden sich noch bemerkbar machen. Und jetzt wollte man konkret an diesem Falle testen, ob Gerüche von dieser Grabkammer aus... Lass die Haare an, ja. Das hilft. Oder geht es um andere Tiere? Vielleicht noch eine kleine Information, es handelt es sich wirklich auch bei den Schweinen um Grabkammern aus Beton mit Betondeckel. Wie man das von Familiengrab kann man auch kennen. Vielleicht wollte man wissen, ob Leute... Wie viele Leute da rein passen, das sind drei Schweine, so eine normale Familie, drei, Mutter, Vater, Kind und dann wird eben geguckt, wie lange dauert das, bis diese drei Schweine sich so zerkleinert haben, zermürbt wurden durch Würmchen, bis man die nächste Generation in diese Familiengruft oben drauflegen kann. Nee, nee, es war ein Experiment, es geht um den Verwesungszustand, das ist richtig, aber ich würde gerne wissen, warum die das gemacht haben. CSI Romanshorn, nehme ich an. Das wird ein Schwein in ein Grab reingelassen, das sind drei kleine Gräber und dann werden die so getauscht, wo ist das Schwein, wo ist das Schwein, wo ist das Schwein. Da muss man das aufmachen und weil das mit Hütchen immer so schweineschnell geht und man das halt nicht nachvollziehen kann, haben sie dann eben was schweres, zum Beispiel Särge. Und die Schweizer, ich habe den Überblick verloren. Genau, der erste sagt sich um, ich bin völlig raus, Kinder, ich weiß nicht mehr, wo das... Also es geht schon um den Verwesungszustand der Schweine und nicht etwa um eine Geruchsentwicklung, wenn es zum Beispiel da wilde Hunde gibt, die da die Gräber schon angebuddelt haben, dass sie irgendwas experimentieren wollen. Also vielleicht geht es darum, die Zusätze, die man in diese Särge getan hat. Man hat einmal zum Beispiel irgendwie einen besonderen Stoff dazu getan und noch einen und noch einen, weil man testen wollte, wie schnell bzw. langsam verwesen die. Also man hat, man hat etwas... Unterschiedliche Zusätze und man wollte vergleichen. Was geht am schnellsten? Man hat etwas mit dem Särgen veranstaltet, ja. Manche hatten Löcher, manche hatten Herzchen als Löcher und manche, manche hatten Rillen. Pass auf, denkt noch ein bisschen nach bei den Dauertaren. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Warum wurden im Mai 2005 auf dem Friedhof in Kreuzdingen drei Schweine in Särgen beerdigt? Wir sind schon so weit, dass wir sagen können, es war ein Experiment, das haben wir alles schon gehört. Das war bearbeitetes Holz und man wollte wissen, wie fände sich die Art des Holzes der Särge... Ja genau! Es geht also um einen Schweinetest, es geht um einen Särgetest, wie gut hält eigentlich der Sarg? Richtig! Kunststoff-Sarg, Holz-Sarg, Zinssarg. Nein, darum geht es nicht. Man hat die Schweine hinterher befragt, getrennt voneinander. Das Allensbach-Institut. Das Allensbach-Institut. Das Allensbach-Institut. Das Allensbach-Institut. Genau. Hallo? Also ich werde es euch mal sagen. Ich muss schon die genaue Antwort haben. Hat es also mit dem Einfallen des Grabes zu tun? Mit dem Zusammenbrechen? Nein. Also es gibt ein großes Problem, auch auf unseren Friedhöfen. Die Böden sind, wie es wirklich im Amtsdeutsch heißt, Verwesungsmüde. 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 Heißt es. Die Holzsarge brauchen immer länger, bis sie in den sauerstoffarmen Böden zersetzt werden. Und entsprechend spät beginnt natürlich dann der Verwesungsprozess. Was tun? In der Schweiz experimentiert man seit 2005 mit einem speziellen Pilz, der außen auf die Särge aufgebracht wird und um das Sargholz mit Fressbakterien infiziert, um möglichst echte Bedingungen zu simulieren. Auch im Inneren des Sarges wurden 2005 drei Schweine in Holzsargen beerdigt. Die Särge wurden mit den Pilzen präpariert und in Grabkammern aus Beton beigesetzt. So brauchte man jetzt nur noch später die Grabplatte beiseite zu schieben, um zu kontrollieren, wie schnell der Pilz den Sarg und auch die Schweine zersetzt hat. Ein sehr großes Experiment. Das Verfahren hat erwies sich als sehr erfolgreich und wurde inzwischen zum Patent angemeldet. Also ich finde das sehr schön, dass es euch das ist. Hier ruht die Sau? Ja. Anscheinend. Christoph Nürnner aus Robertzau. 500 Euro. Kohlgeräusche. Also wahrscheinlich steht nicht drauf Schwein gehabt. Ja. Hätte euch auch einfallen können. Geh du Ferkel. Wo ist ne Kiste? So wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde gerne noch zwei Fragen durchbekommen. Deswegen ganz schnell zur vorletzten. Alexander Kunow aus Lohr am Main in Bayern möchte wissen, was versteht man unter Komfortrauschen? Komfortrauschen, das hat was mit den Blätterwäldern zu tun. Weil die Wälder rauschen ja. Es rauschen die Wälder. Die Wälder, die rauschen. Komfortrauschen heißt also, die Laubbäume werden so gesät, angepflanzt, dass die Baumwipfel komfortabel bei Wind ein und auch für die Wanderer komfortabel rauschen und sich nicht zum Beispiel verhaken. Ganz richtig. Ich bin gerade ein Blätterwald. Bei Ihnen fällt mir nur ein, es klappert die Mühle am Rauschen. Ich hätte da eine Idee, ich habe eine Idee. Es gibt ja eine, es gibt ja eine Sache, die viele Menschen unter Stress bekommen, einen sogenannten Hörsturz. Es gibt einen Tinnitus. Tinnitus, sehr gut. Wenn du auf beiden Seiten Tinnitus hast, hast du einen Stereo-Tinnitus, also ein Komfortrauschen. Es gibt auch noch einen Dolby-Surround-Rauschen. Bin ich sehr gut, Tinnitus. Das heißt dann Blähungen. Nein. Nein, ich glaube, dass eben dieses Komfortrauschen eben nicht das Geräusch ist, sondern das, was gegen dieses Geräusch unternommen wird. Das bedeutet, du musst ja ein Gegengeräusch schaffen, damit du den Tinnitus nicht mehr hörst. Und dafür wird dir ein Komfortrauschen eingespielt, das lauter als der Tinnitus, aber dennoch sehr angenehm vielleicht verursacht durch den ideal bepflanzten... Baum. Bestand. Monokulturweite. Sind wir also im weitesten Sinne in der Medizin? Natürlich. Nein. Komfortrauschen kannst du auf CD kaufen, das steht neben Gesang der Buckelwale. Und zwar für alle die, die das Testbild von damals vermissen, weil erst gab es das Testbild und dann gab es... Und die Menschen, die ohne... nicht mehr schlafen können, die können diese CD kaufen. Ich werde es euch mal sagen. Okay, das stimmt. Wie weit sind wir denn weg? Sehr weit? Ja. Danke. Es kam mal ein Kinofilm, der hieß, wo der Wildbach durch das Höschen rauscht. Ist das... Ja, und wenn der jetzt... Das ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das war ein Soft-Erotik-Film der späten 60er Jahre und wenn die jetzt eine Deluxe-DVD-Edition davon rausgehen. Ist das das Komfortrauschen? Also ich sage es euch mal. Das ist eine kaputte Bock. Es rauscht. Komfort. Komfort. Ich meine für die Frise, die du hast, war das echt nicht schlecht. Also ihr Lieben, ich möchte anschließend noch eine Frage machen. Deswegen sage ich euch jetzt, was Komfortrauschen ist. Es ist ganz eigenartig. Ich finde es sehr lustig, aber es gibt es wirklich. Wenn man normal telefoniert, über Handy oder normale Telefonleitung, gibt es ein Rauschen. Das ist ganz normal. Wenn man allerdings über das Internet telefoniert, digital, ist absolute Ruhe. Und das hat dazu geführt, dass die Leute laufen und gesagt haben, hallo, bist du noch da? Also man vermisst das Rauschen. Deswegen spielen die einem ein Rauschen ein. Wie cool ist das denn? Damit man das gleiche Gefühl hat, man telefoniert mit einem Telefon, weil man sonst... Es ist so still, dass man laufen sagt, hallo, man ist das Rauschen so... Das ist das Komfortrauschen. Das gibt's. Alexander Kuro, 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr schön. Nina Reeshoft wohnt in Bremen und möchte wissen, was ist die sogenannte Othello-Masse? Othello ist dunkel, also eine dunkle Masse. Wieso ist Othello dunkel? Achso. Schatz. Ja, ist klar. Danke, ich werde... Mousse au chocolat. Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Mousse au chocolat. Oh, dann ist es tatsächlich Theaterschminke vielleicht oder sowas, so ein spezieller Ausdruck oder eine Verballhornung von sowas. Masse, die wird nicht draufgetragen, sondern der Typ wird reingetunkt. Ja. Othello. Othello, das ist ja ein Eifersuchtsphänomen. Othello-Masse. Vielleicht ist das also ein Begriff aus der Medizin, wie zum Beispiel ein Gallenstein oder so. Wenn Menschen so extrem chronisch eifersüchtig sind, dann geht denen die Galle hoch. Das heißt, wir sind in der Medizin. Wir sind nicht in der Medizin. Wir sind in der Psychologie. Wie? Ich würde mal Mousse au chocolat weglassen. Ja, und dann möchte ich noch was sagen. Weglassen. Aber wenn wir auf den Schokokuss zurückkommen, der ja früher Negerkuss hieß, und jetzt eben afroamerikanischer Schaum-Othello-Massenkuss sozusagen mit Immigrationshintergrund. Es gibt einen Negerkuss, der heißt zum Beispiel in Österreich sagt man die Schweden-Bombe. Ja. Es ist kein Blödsinn. Und das heißt ja jetzt irgendwie anders. Wie sagt man jetzt? Schweden-Granaten. Wie groß ist der denn ungefähr? So. Riesig. Der andere ist ein bisschen kleiner. Der kleine Negerkuss ist die Othello-Masse. Ich hab eine Theorie, weil wir haben doch die 300. Und der alte Mann hat doch nur so hysterisch darauf gestanden, dass noch zwei Fragen gemacht werden sollen, damit die letzte Frage jetzt hat was mit Pyromanie zu tun. Natürlich. Das heißt, Sie machen jetzt ein kleines Feuerwerk und die Asche, die übrig bleibt, nennt der Feuerwehrmann Othello-Masse. Es gibt was zu essen oder zu trinken. 100 Prozent. Es ist nicht der Negerkuss. Das heißt er ja heute nicht mehr. Er heißt ja heute anders. Das ist aber so ein kleines Pralinchen vielleicht. Wie heißt denn das, was etwas größer ist als Negerkuss und was man heute fast nicht mehr bekommt? Windbeutel. Ähm, 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 ähm. Vulkan. Das ist riesengroß. Schwarz. Und bekommt man fast nicht mehr heute. Man bekommt es nicht mehr so häufig. Pickel. Das kommt auf die Hormone an. Was ist denn größer? Also es geht um eine Süßigkeit. Da sind wir uns ja wohl schon mal einig. Was ist denn so? Also ich vermisse eigentlich nur Püppchenketten. Ah, oder Mr. Ed oder Mr. Schleck oder wie diese ganzen schönen Sachen kommen. Also heute sagt man ja nicht mehr, man sagt ja Schokokuss heißt das ja. Ja, Schokokuss. Siehst du ja auch. Applaus. Applaus. Schleck. Freider kommt zurück. Dampfnudeln. Gern knödeln. Denkt doch mal nach. Ihr kennt's alle. Ihr habt's doch alle schon gegessen. Es ist größer als ein Schokokuss. Ja, aber was gibt's denn heute noch mehr? Marshmallows überm Grill. Wie heißt die denn? Schokobomben. Schokobomben. Äh, Scho... Wie heißt die denn? Soft-Eis. Es gibt, das muss aber irgendwas sein, was so mit Schokolade irgendwas sein. Das gibt's doch alles noch. Was gibt's denn nicht mehr, was größer ist als ein Negerkuss? Es gibt's noch, aber nicht mehr so häufig. Nach Profiterol. Es gibt bei Aldi diese Schokolade, die oben weiß und unten schwarz ist. Ich mag nur den weißen Teil, deshalb schneide ich die längst durch. Und deshalb würde ich... Vielleicht gibt's dir jetzt wieder eine Ursprüngchenform. Nein, es ist ein großer Schokokuss. Wir wissen doch nicht, wie er heißt. So einfach ist die Welt. Ah. Weiß das hier jemand? Ja, ist natürlich. Herr Balder, das ist ein Generationenproblem, was ich hier gerade auch so... Mozartkugeln. Nee, das ist kleiner, was Großes. Ja, aber wenn man die... Denk doch mal einen grünischen. Othello-Mass, was ist denn? Das ist ein großer Schokokuss. Wer weiß, wie er heißt. Das ist natürlich überhaupt nichts, was wir hier haben. Mohrenkopf. Ja, wir sagen doch die ganze Zeit Negerkuss. Das war zwar vorgesagt, aber ich höre trotzdem noch mal zu. Mohrenkopf. Kennt ihr das nicht? Doch, natürlich. Mohrenkopf ist doch ein Negerkuss. Davon reden wir doch seit 10 Minuten. Stopp, 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 stopp. Moment, Frau von Sinn, jetzt mal nicht aufreden. Negerkuss oder Schokokuss ist das Kleine. Ich habe eben gesagt, die Dickmanns. Meine Damen und Herren, das wird spannend, wenn es jetzt geht. Ein Mohrenkopf ist etwas ganz anderes. Nee. Mit einer ganz anderen Füllung, nämlich einer Puddingfüllung. Und keine weißen Schnee. Das wusste ich nicht. Und diese Glasur, die oben drüber ist, wenn man Eigelbzucker stark und viel Eisschnee vermengt, dann kriegt man eine Biskuitmasse. Und die überzieht man mit einer Schokoglasur. Hast du das schon einmal selber gemacht? Und als Kind habe ich immer die Pfeifenmännchen da drauf. Schornsteinfeger und Klaus. Ja, hat meine Oma auch Köln mitgebracht. Das, was oben auf dem Mohrenkopf drauf ist, das nennt man Ocello Masse. Ocello Masse. Ocello Masse. So, damit jetzt alle mal wissen, wie so'n Ding aussieht, haben wir hier ein Paar vorbereitet. Und zwar, wie ich finde, eine sehr schöne Geste von mir. Awww. Nicht nur für euch, sondern für alle. Awww. 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 und werden diese Mogenköpfe verzeihen. Ich sage, das war ein schönes Dorrenende. Bis die nächsten 300 Sendung kommen Sie jedes Mal. Ich sage, das war ein schönes Dorren.